Kampf der Reality-Stars geht in die nächste Runde. Und diese Promis sind dabei. Vergangenes Jahr gewinnt Elena Miras die Show. In diesem Jahr wollen wieder 23 Promis die Krone und das Preisgeld für sich gewinnen. Mit dabei sind unter anderem der Urbachelor Paul Janke, die Bauer sucht Frau Bekanntheit und zuletzt auch Sommerhaus-Kandidatin Antonia Hemmer und der TV-Schrotthändler Manni Ludolf. Eva Benetatou und Emmy Russ sind schon aus dem Reality-TV bekannt, ebenso wie Serkan Javus und Sarah Knappig. Aneta Sablick darf sich schon Siegerin von DSDS nennen, während Peggy Jerovke durch Goodbye Deutschland und das Sommerhaus der Stars Bekanntheit erlangte. Am thailändischen Strand treffen dann außerdem Julia Siegel, Matthias Manjapane und Lukas Baltruschat aufeinander und werden begleitet von Tim Sand, Jessica Sulikowski und Sascha Siertel. Die Moderation übernimmt natürlich wieder Kathi Hummels und die Fans dürfen sich sicherlich auf viel Spaß, Tränen und Drama freuen.